Das ist ja ein Riesenteil. Ich habe einen Pfund gemacht, den habe ich schon ewig ersehnt. Und ich bin gerade rüber gelaufen. Und das ist es. Ich sehe das. Das ist das, wofür ich es halte. Ja, aber eigentlich würde ich mich ja lieber filmen. Ich bin ein bisschen egozentrisch. Los, komm. Die ist eine K98. Unglaublicher Pfund. Darf ich auch mal was sagen? Schnell ist sie eh weg, ne? Dann sag ich lieber nicht. Kann ich meinen Sparten berühren? Hier ist ein Wildstabodisator auch drin, ne? Kann das sein? Ne, du musst einfach filmen. Das war ja nicht die Frage. So, warum ist das ausgehangen, Sonic? Das ist normal. Einfach weiter filmen. Okay. Das ist noch in der Scheide. Kann das sein? Ne, wahrscheinlich. Das wird ein Volltreffer sein. Ne, das ist nicht mehr in der Scheide. Aber zumindest ist die Klinge noch gut hierhin zu erhalten. Brech die bloß. Es ist ja ein Riesenteil. Boah! Nein! Nein! Sonic! Nein! Eigentlich würde ich sie dir nicht schämen. Also du mäßig nicht, ob du das verdient hast. Hier, guck mal, der hat zum Müll von mir. Das ist meine Pfunde. Nein, mach ich doch nicht. Ich pack's doch wieder ein. Ich will doch bloß die... Nimm mal. Ich muss suchen. Sehr schön. Witzenteil. Und obwohl es so blank in der Erde lag, ist die Klinge trotzdem noch recht gut erhalten. Kannst du mal sehen, warte. Ja, 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 jetzt ist es eindeutig Backelit. Backelit. Gigantisch. Was ist denn da so im Hintergrund, Alter? So, jetzt zurück weiter. Das ist natürlich klar. Ey, ist das ein geiler Fund. Das ist ein super Zustand. Dafür, dass es 70 Jahre an der Erde lag. Davon muss man einfach mal ausziehen. Und es ist wirklich grandios. Es ist wirklich grandios. Ich zeig's noch von der Spitze so. Wow. Absolut grandios. Wirklich. Toll. Zeig mal, zeig mal, wie sieht denn der Aufsatz aus? Ähm, versuch mal das noch ein bisschen sauber zu machen. Ja, das geht so ja ein bisschen. Ja, ne? Du, ich. Ey, Sonic, da freu ich mich für dich. Ernsthaft. Ey, das ist der Hammer. Ich hab's mir einfach nur gewünscht. Wirklich. Das ist doch der Hammer. Ich hab nur so gekratzt und halt diese Riffeln gesehen. Und da war hatten wir klar. Geil. Da wusste ich, ich hab's schon mal gesehen irgendwo. Geil. Fall nicht Elias soll ja etwas in mir sind. осite will. Shoulder in Die Die lang bang 一個 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020